Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us ich weiß dass wir hier irgendwo aufgebaut haben das haben wir auch schon gesehen gehabt Was passiert wenn wir uns hier hinstellen? Nein! Ich bin nicht infiziert! Es ist falsch! War das eine Todesspritze? Scheiße! 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 Halt Maul! Du kannst froh sein! Das passiert wenn man sich im Abbruch ausversteckt! Ruf die Putzkolonne! Wir sind hier durch! Wir ruft zwei Sekunden und zwei für die Kinder! Okay... Anscheinend gibt es immer mehr Infizierte So mehr die sich wegstreichen Was zu wenigstens wenn ich mich etwas verschubt anhöre Ich bin leicht erkältet Das Wasser... Das Wasser... Das Wasser haben wir vielleicht gut angenommen, muss ich sagen Was? Was? Was glaubst du? Ich muss mal kurz... Mein Hund einmal rauslassen Mein Hund einmal rauslassen So, da bin ich wieder... Ich hab uns Papiere besorgt Sie sollten uns keinen Ärger machen Okay... Bleib einfach cool Checkpoints Haus 5 Okay... Ich hab heute frei... Besuch einen Freund... In Ordnung... Geht weiter... Danke... Oh... Oh Gott... Ich hab heute frei... Oh Gott... Ich hab heute frei... Ich hab heute frei... Das ist hier engelang... Weg hier... Kassen wir ruhig... Höh... Ich hab heute frei... Ich hab heute frei... Ich hab heute frei... Soviel zum einfachen Weg. Verarzt dich, okay? Medikit. Verarzt dein Wunsch mit einem Medikit. Brauchst halt, um ein Medikit zu benutzen, halte dich an einen sicheren Ort auf. Rüst das Medikit mit Stolkotzen oben aus und halte dann R2 gedrückt, um zu verbinden. Äh, okay. Sie werden alle Checkpoints schließen. Hast du jetzt mit dem Medikit? Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Wow, die Tülle ist gesperrt hier. Das ist mitgekriegt. Ich war da. Hey, wie sieht am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marleen. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marleen? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahl. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marleen sucht nach Robert. Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Ihr kommt doch Musik raus. Musik oder irgendwelche Leute, die hier rumbrüllen. Wer kann das von draußen nehmen? Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Kleinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Ah, lol. Joe, hilf mir mal damit. Wollte schon sagen, da ist doch irgendwas hinter versteckt. Seid vorsichtig da draußen. Tschüss. Ich will mich mal umgucken hier. Aha. Loll, Stuhlang ist, der fliegt gleich 10 Meter weit. Schach gespielt. Scheint ziemlich langweilig zu sein hier. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde nicht. Generator. So, unser Zeug. Hier unten scheint auch jemand zu fliegen. Oder einfach nur so ein Sicherheits... Sicherheitsbett, Sicherheitscamp. Ach, wo die Schnelldrehung. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Oh, ne Waffe. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Trüke zum Nachladen. Während du nicht zielst. Okay, cowboy. Hilf mir hoch. Ach so, hier ist es jetzt. Was soll das sein? Bachstein? Munition? Ich glaube, wir sollten sparsam mit Munition sein, weil wir haben noch vier Schuss. Hilfst du mir hoch? Bereit? Ja, Mann. Na los. Ja. Achso muss ich aber X drücken. Ja. Okay. Ach, jetzt sind wir in so einem gesperrten Raum. Weiter. Vorsichtig. Gott, was ist denn fies denn hier? Ist das eine Fangfrage? Ach, schauen wir mal den Rest so um, wie es scheint. Nach Backöfen. Kühltruhen. Hot, hot, nee, hot, hot, trot. Ob es das wirklich gibt? Ich glaube nicht. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Okay, sieht aber schon geil aus, ey. Wo ist die Leiter? Die muss ja ja irgendwo sein. Hoch, ey. Hä. Hey, probier's doch mal da drüben. Hast du L3? Ah, hab sie. Gut, holen sie rüber. Gut versteckt. Tutorial freigeschaltet zum Ansehen. Äh, gucken wir, glaub ich nicht. Hä? Verarschen? Hätt wirst du das nachher sehen sollen. Ähm. Ah, einfach näher ranstellen. Ladies first. Lady. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Hier gibt's doch noch was. Wohl auch nicht. Komisch, dass wir nur in diese eine Schublade gucken können. Hier ist noch einer. Ähm. Okay. Sehr schön. Oh, das war mal wo so ein... Ach, yo. Karolini. David. Listen. Bill, Jessica. David. weight 않는. шьút föröst. Andy Mender. Schauzt die fuck auf- ab resul. Haha. Habt ihr doch noch... really? Mach die scheiße aus arschloch. George Frank Hellen Roberts Trevor Jack Knie Jock er so ist man es war wohl zu nennen ja ich glaube nicht Jugendherbergen Hostel Kinder und Kinder halt adoptieren kann Feierfleisch an David Michael Witschel K K und jetzt hier runter ich will nach oben geht nicht, schade Na gut, ich bedanke bis dahin Ciao Ciao, abonnieren und Like nicht vergessen Tschüss mit 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 mit